Bei dem gebürtigen Suester läuft es nicht nur musikalisch rund, sondern auch privat. Seit Juli 2015 ist Sascha mit seiner Frau Julia Röntgen verheiratet. Zusammen haben die beiden einen fast vierjährigen Sohn. Wie stark das Band zwischen ihm und seinem Kind ist, macht der Sänger nun mit seiner neuen Single deutlich. In Liktose thematisiert er das wohlprägendste Ereignis in seinem Leben, die Geburt seines Sohnes. Mein Sohn nimmt die wichtigste Rolle in meinem Leben ein. Auch schon, bevor er da war, und das ist etwas Schönes, betonte der Wahl-Hamburger anlässlich des Release gegenüber dem Musikmagazin Mr. Mixmania. Mit der Metapher eines Leuchtturms will er veranschaulichen, was er sich für die Zukunft seines Sprösslings wünscht. Dass ich ihn machen lasse, dass er seine Träume verwirklichen kann und dass ich für ihn da sein kann, wenn er mich braucht, so der 50-Jährige. Dass Otto der ganze Stolz seines Vaters ist, können die Fans auch im Musikvideo sehen, das am 23. September auf YouTube erschien, denn dort hat auch der Dreijährige einen kleinen Auftritt. Am Ende des Clips ist zu sehen, wie er auf seinen Papa zuläuft, der ihn lächelnd in die Arme nimmt und hochhebt. Auch privat hat Sascha große Pläne mit seinem Sohn. Bevor Otto in die Schule kommt, will er mit seiner Familie unbedingt noch eine Weltreise machen, wie er kürzlich verriet. Mich reizt das Al-Arund-Teol-Ticket. Das fand ich schon vor 20 Jahren spannend. Al-Arund-Teol-Ticket. Das fand ich schon vor 20 Jahren spannend. Das fand ich schon vor 20 Jahren spannend. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020